Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3 und heute spiele ich mit dem Don Camora, die Ballade of Gay Tony. Ich dachte einfach mal, hey YouTube Gamescom, mach doch mal eine Stuntmontage. Gut, hab ich gedacht, ja, mach ich. Aber die Montage kommt nicht von mir. Ja, der Stuntman sozusagen ist der Don Camora, mein PSN-Freund. Und ja, starte mal die Motoren. Fahr los! So, wir werden jetzt gleich hier einen Truck sehen, der hier über diese Klippe springt. Weiß nicht, was passiert. Vielleicht erwischst du mich, vielleicht auch nicht. Wollen wir mal schauen. So. Hört ihr's? Oh, da kommt was Großes. Da kommt was Großes, Leute. Da kommt was Großes. Da kommt was Großes. Es ist was Großes. Da, 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 da. Da, da. Der Don Camora. Wow. Geht's dir gut, Don Camora? Ja, ich hab's überlebt. Du hast es überlebt. Komm mal grad zu mir, komm mal grad zu mir. So. Warte, ja, bleib hier grad stehen. Also, wir sagen ciao. Euer YouTube Gamescom und euer Don Camora. Ja, verabschiedigen sich. Bis zum nächsten Video, Leute. Haut rein. Ja, Mann. Wir Commission.